sehr schön warum auch nicht na gut dann fangen wir mal an ja also liebe leute hallo herzlich willkommen da das ja schon mein fünfter stream die woche ist und praktisch wenn jetzt ist das video dann auf youtube guckt praktisch schon fast das ende ist übergebe ich einfach mal direkt gleich an den salzigsten spinner er war von crazy 5 youtube da drüben an keff gaming der kann heute meine beste ansage machen also hier wird der bluten schneller an der hand kann man auch herzlich willkommen zu einer kleinen spezialfolge heute mal außerhalb unserer normalen sitzungen und ja heute machen wir ein bisschen das was wir eigentlich so vorher mal schon machen sollten und war kontakt visionen und was auch immer so ansteht und die play jetzt geht es dann wieder der nächsten aufhören das ist das stimmt nicht der nächsten session machen wir nämlich immer in substanz also nicht nie wieder an du magst es doch ich jetzt genau richtig zieht mich nicht in eurer zieht mich doch nicht in eurer ehe scheiß hier rein ich treffe voller die ströte bewerbete mal so was mache ja wie sagte wohl heute parker kontakt vision machen und ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich hat es auch mit meiner jubbs wie das gilt immer wieder kevin mit waffengewalt sehr gut wollen wir mal zum anfang liegt am boden selbst mit waffe ist kevin unbewaffnet sehr schön gut machen wir mal die beiden anfang machen oder so hat mir ist es egal wie gesagt ich richte mich heute nach euch ich habe jetzt nichts vorbereitet wie sonst moros deswegen würde ich sorgen ach so ein käppel müssen nur einsammeln kevin bleibst du unten oder kommst du hoch ich habe ich so geklappt wie dem in dem letzten mal wo ich eine granate geworfen zwei mann gekillt aber lustig beide waren es weg kiffen verboten ich komme das ding da vorne dran da ich wollte einen job starten werde erst mal eine bereits gehostete job dinges geschmissen das ist gar nicht wie soll ich selber noch mal also ich habe noch mal ein stoppen nein 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 ich habe schon was aber ich wollte es starten und wollte selber hosten werde aber zu einem anderen host hinzugefügt oder dass ich noch mal probieren wo man ein bisschen verkackt haben oder wie sieht das aus oder welche machen wir weil die einfachsten sind glaube ich verarbeitet schrotte knochen und irgendwas glaube ich mit dem sand ich mache jetzt gerade erst mal eine kontakt mission auf oder so wir machen so wie seid eingeladen ist da habe ich noch was angekommen gerade jahr aber ich los santos connection so dass wenn ihr bereit seid sagt dann starte ich bereit nicht bereit ich muss ja munition kaufen jetzt bin ich bereit ja bis du aber erst mal die munition gekauft hast und alles drum und dran es gibt es gibt so viele sachen die kev tut wo man am liebsten dieses dieses die diese szene einspielen wollen würde von kevin allein zu haus wo die mutter sagt so los geht's wir stehen also immer noch hier haben wir wie ein auto dann hier ja meins ich fahre mit meinem ich komme und schon wieder verloren gar nichts bleiben das gut ist jetzt müsste auch die bombe vom auto ab sein oder mein auto ist auch wieder ganz wo fährst du auch lang jetzt ist die bombe nur im auto selbst die npcs fahne gerade über die fußgänger wege wort man merkt schon die beiden sind voll die team player die warten so schön noch ein ja ich fahre wie sie dafür ja mein auto war oben auf der ding ist ihr seid ja irgendwo unten lang gefahren ich habe und kevin geworfen ich muss mich mal hier noch ein spoiler drauf machen und es bei der sitze wie nackig aus aber die sprung klarkierung für nicht gut macht das mal schlussischere reifen also wie soll ein drogen der platzen lassen normalerweise lässt kämpfen und kondome platzen das da vorne sieht doch schon so aus wie einer der dazu gehört ja da müssen wir noch einer steht da steht leider und dann haben wir dann auch schon machen wir mal eben dass die pst das ist mir drin ab und kräftet ja nicht genau alter die npcs können sich heute auch nicht entscheiden auf welcher spritz und das ist das fahrzeug was wir haben da war der punkt drauf und eingestiegene stand da beginnt die zum lager aber jetzt obwohl ich auch schwer ist haben wir keine gegner er war die kontaktmission auch ein schlechter scherzen und er ist nicht gesehen geben auch durchaus gutes geld die sind ja auch so all das das war das erste was du online machen können dass man kontaktmission war zum thema keine gegner die mission ist das die geht nämlich noch weiter aua 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 da kommt ein auto rundt alter von wem denn hier ist gar keiner bei mir ich werde hier gehittet ob wir gar kein gegner da ist genau die sind auch weg was hast du getan ich habe mich selbst in luft hier auch das ist auch wenn wir mit explodieren explosiven dingen spielt deswegen spielst du auch mal meine damen und herren hier sehen sie mal wieder was passiert wenn kevin den mund zu voll nimmt ja ich bin zumal sex fressen ja das war die wirtschaftlich ist noch gar nicht erstmal rankommen jetzt bin ich dort jetzt komme ich zu ist der kontaktmission ist jetzt nicht ist kein heiß oder so genau ich mache mal der nettoffens möglich ist warum dreht sich das letto der liegt auf dem kopf einfach angehen und rechts drücken ist doch egal das geht nicht das geht nicht ich habe kurz auf rechts gedrückt hat steht aber quasi auf dem rücken gedreht und da geht nicht das ist genau das was ich meine ich bin ja das ist ja dann so oder so oder so das geht nicht das geht nicht na gut dass du mich nicht schicken kannst hat sagt ach sobald sie sich weiter oder was jetzt 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 wieder richtig rum liegt jetzt liegt er nämlich auf dem boden auch ernsthaft jetzt was möchte ich denn da machen häcke die letta lokale jetzt tut er verweigert klicke ach da klicke das externe hack connect meine damen und herren hier sehen sie rockstar als feinest jetzt ich muss hier warte mal mehr zu leben ich muss jetzt die zahlen suchen das ist nämlich nicht ganz einfach jetzt blöde das 50 40 kurz selbst beantwortet die fressen wie bitte ja das problem ist sie wirklich nicht ich habe das tatsächlich stehst und keine ahnung ich gehe raus und ich lege im freien und sterbe wahrscheinlich jetzt nicht wegen oder was ich viel gerade so ein bisschen mehr habe ich auch jetzt gerade gesehen ich bin ja irgendwo keine ahnung es ist gerade umgekehrt es gerade umgekehrt ist gerade umgekehrt sind also ich das konnte ich jetzt gerade richtig dafür ist ja witzig witzige folge jetzt muss ich jetzt mal wieder keine ahnung warum jetzt muss ich jetzt mal wieder zu Sven einfach dem fischgeruch noch ne der ist ja schon gestorben weil der verwesenden Fisch oder was ernsthaft jetzt kämpft du verstehst die anekdote nicht ich habe ja ich habe schon verstanden was du meinst wissen das wissen das heißt der blonde hier also du warst auch gerade weg als du gehackt hast ja ja das ist das nicht aber wir kommen auch dass wenn es jetzt auch gerade wenn es gerade auch in in der war also wie ich jetzt auf jeden fall die mission ziemlich verbarer ich will die vier und sechsten bist du ja bist du blöd oder was er findet die 64 nicht erfindet nur die 69 die 69 das kennt das schon so besser schüttel am team ist aber keine gegner also erst stellt sich das herstellt auf die seite von den checken kann dann denkt man den die draus landet irgendwo dich die karte so begibt die kann zum hangar so jetzt muss ich probiere ja jetzt ist jetzt hat Sven gerade den sandwich cup ja das ist genau das wie ich meine ich bin auch hinter dem siehst du dann ist nämlich dann und kriegst du ein gegner solche unworte hier in meinem stream ich glaube sehr wohl die meisten hintern folge ich doch gerne das auto schnell genug wenn man sich in den busch fährt das war aber nicht george w nein das wollte sie gewollt genau so schnell genug wenn es dann auf vier rädern bleiben würde willst du fahren kevin ach nee da hatte ich wirklich nicht kann zwar mit der aufnahme gucken so so wenn du in die karre springst du sorgst du gerade zum fliegen ich habe da die karre nicht gespringen ich habe die gerade nicht rausgeworfen weil es ein auto unter uns auftauchen würde von den gegnern der verdächtige wurde als krimineller mit dem straßendamm keff gaming lp identifiziert ja das können wir gut das können wir gut und machen das bretter auf ist doch offen es war nicht auf dass man jeweils bei mir war es ist offen gekettet können einfach durchführen das ist alles zu ich weiß nicht ob du kannst du anspringen ne ganz ne ganz ne ganz links geht ja genauso wenig die mülltonne bei der anderen seite alter ist niveau komm mach auf es geht nicht auf einer anderen seite ich habe gesagt dann fahr doch eine weiter noch und fährst du die wilde über den sprung nimmau plan b klatschen mal zu so geht's auch ich verwurte es hier nochmal gegner sein würden werden bestimmt wir kommen erscheinen weil ich genau einfach mit rein von wo komm mal zurück Sven steht aufs sterben wir sind nur zu aggressiv Kevin hier ist weiter kannst du da ansetzen warte hast du? nein da hast du das jetzt geht los los willkommen bring Kevin mit das frischreich das ein junger knackt klingst noch irgendwas gefangen hat es wäre noch besser gewesen für die mussten mhm kurum oder sowas verarschen ich fühle das kogs ich fühle das kogs ich fühle das kogs ich fühle das kogs ich wollte mich so weit schießen weil er die kreis hat unser zeugs drin ich probiere mal wir kümmern sich um die draußen oder was machst du gerade ich bin in der halle drin und gucke das ist das problem in der sache ich muss nur ein bisschen aufladen gerade unsere ganze hoffnung beruht auf kevin ja vielleicht haben wir am ende keine garantie aber wir schaffen kämpft so vielleicht habe ich ja das erste was er macht es gegen die stange schießen ja ich will ich habe dort gesehen jetzt wohl leben da kann er gewisert irgendwo rein da oben steht weiter ja ich will ich will gegner anvisieren und alles darüber was macht er der schießt nur um die wand aber visiert in der wand an die links neben einem steht nee du hast auf alles geschossen aber nicht und die gegner um ja wie gesagt er war der autoren autoren versuchte reiz der verteidigt game na ja das ist noch mal